Unser Familienunternehmen gibt es seit 1886. Wir sind bereits in der fünften Generation. Unsere Familie steht trauernden Menschen jederzeit zur Seite. Ob in unserer hauseigenen Trauerhalle, in sämtlichen Friedhofskapellen oder Kirchen, wir sind überall für sie da. Wir gehen mit der Zeit und greifen Veränderungen auf. Für Fragen, Informationen oder Vorsorgegespräche stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Ihre Familie Kiefernagel Untertitelung des ZDF für funk, 2017